Wissen Sie, was am 20. März 1793 war? Frühlingsanfang. Ob mit so schönem Wetter wie heute, ist natürlich fraglich. Seit 2013 wird am 20. März auch der Tag des Glücks begangen. Ob und wie beides für die Menschen zusammenhängt, haben wir gefragt. Ja, ich muss sagen, Glück ist, dass ich meine Frau heute mit habe und meine liebe Schwiegermutter und wir bei dem schönen Wetter hier sitzen können und einen schönen Tag verbringen können. Vielleicht hat man ja mehr Glück, wenn der Frühling anfängt. Wir haben heute Glück, dass wir Sonne haben. Wir hoffen darauf, dass der Frühling nur langsam mal mitkommt, aber das ist auch gleich alles. Ich bin glücklich. Weil der Frühling kommt. Weil der Frühling kommt und weil ich in einer schönen Familie lebe. Also wir hatten uns ein bisschen gestritten und heute haben wir uns wieder versöhnt. Haben einen Sekt zusammen getrunken und jetzt ist wieder alles schick. Also es ist meine Tochter, ich bin die Mutter und jetzt ist wieder alles schick. Eigentlich brauche ich keinen Frühling, um glücklich zu sein. Ich versuche das das ganze Jahr über, so gut wie es halt geht.